Herzlich willkommen zu US4Börse und bevor wir mit den ersten Entwicklungen an der Wall Street dann ins Detail gehen, schauen wir nach Frankfurt zu meiner pollengeplagten Kollegin Franzi Schimke. Ja, auch der DAX etwas verschnupft im Hintergrund. Gestern hatten wir ja noch eine Gegenbewegung gesehen, also als Reaktion auf die schweren Verluste am Montag. Jetzt schon wieder hat sich das Ganze in Richtung abwärts irgendwie ausgerichtet. Was ist da los? Ja, in der Tat. Pollen geplagt. Ich, das hat man davon, wenn man die Mittagspause draußen am Teich verbringt. Sollte man vielleicht einfach nicht machen. Einfach drinnen bleiben, schön weiterarbeiten und so weiter und so fort. Aber naja. Ja, der DAX auch verschnupft. Dabei ist er tatsächlich nur hier drin. Aber vielleicht ist das auch nicht so. Das beste Klima hier aktuell, das beste Börsenklima. Sell in May and go away. Trifft irgendwie aktuell tatsächlich zu. Wir sind jetzt Mitte des Monats. Schauen wir mal, wie die Fahrt noch weitergeht. Und das ist nach wie vor das große belastende Thema der Handelskonflikt. Ja, Donald Trump hat gestern ja wieder so ein bisschen die Brisanz rausgenommen, hat so ein bisschen wieder vermitteln wollen, dass man ja schon auch weiter redet. Jetzt ist aber die große Frage und schon auch ein deutlicher Belastungsfaktor nochmal für den Gesamtmarkt hier gewesen. Wie geht es dann eigentlich mit den Strafzöllen in Europa weiter? Kommt da was auf die Autobranche zu? Wird das ausgeweitet auf Agrar zum Beispiel? Also da ist so ein bisschen Ungewissheit im Markt. Und diese Ungewissheit, die tut überhaupt nicht gut. In den letzten Tagen haben wir aber gesehen, bei 11.850 Zähler, da war dann immer Schluss nach unten. Da haben sich tatsächlich dann Schnäppchenjäger wieder gefunden, Kaufinteressenten. Auf diesem Weg sind wir einmal mehr und schauen, ob wir diese Marke dann tatsächlich heute einmal mehr verteidigen können. Aktuell sieht es ganz danach aus. Wir sind also unter der 11.900 Punkte Marke unterwegs. Auch wenn wir es mal zwischenzeitlich zum Auftakt schon mit der 12.000er Marke probiert hatten. Aber jetzt dann doch im Minus mit 0,8 Prozent. 11.890. Der Stand hier in Frankfurt. Die Luft, sie wird also Richtung dieser Marke wieder etwas dünner. Gewinner haben wir. RWE mit über 2 Prozent im Plus. Bereits gestern war sie schon unter den größten Gewinnern. Heute gab es Zahlen. Solides erstes Quartal. Die Zahlen besser als erwartet. Man hat die Prognose bekräftigt. Dividendenausblick überhaupt. Aktie gehört seit Jahresbeginn mit einem Plus von fast einem Viertel zu den besten DAX-Werten. Minigree, Vonovia, Bayer Heidelberg, Zement. Vorne bei Vonovia gab es einen positiven Analystenkommentar. Und auf der Verliererseite ThyssenKrupp nach einem negativen Analystenkommentar. Schwächer bei E.ON. Ex-Dividende, Volkswagen, Ex-Dividende. Nea und Merck und die Deutsche Bank gehören auch mit auf die größte Verliererseite. Und damit vielen Dank nach Frankfurt. Und wir kommen jetzt nach New York. Ich habe heute Morgen einen Beitrag gelesen. Da ging es um die Strafzölle. Und da hat der Kommentator dann gesagt, naja, es steht ja noch überhaupt nicht fest, dass letztendlich diese Zölle dann auch bei den Endkunden landen werden. Weil es gibt ja noch andere Möglichkeiten. Natürlich, der gute Mann hat recht. Was könnte denn unter anderem noch passieren? Die Unternehmen könnten einen Teil der oder alle Kosten für die Strafzölle selbst übernehmen. Beispielsweise ist das vielleicht für Apple ein mögliches Modell, um da aus der Bredouille irgendwie rauszubekommen. Ja, das ist richtig. Das kann sein. Auch könnte man natürlich die Produktion raus aus China irgendwo anders hin verlagern. Auch das ist richtig. Jetzt sage ich Ihnen mal Folgendes dazu. Also, um die Produktion jetzt beispielsweise auszulagern. Das ist nicht, Sie bestellen keine Umzugsfirma und verladen ein paar Kartons. Das kann unter Umständen eine relativ aufwendige und komplizierte und hochkomplexe Angelegenheit werden, bis Sie das gemacht haben. Dann ist auch gar nicht sicher, dass Sie das entsprechende Personal an Ihrem neuen Standort haben. Also, das muss man dann sicherlich ausprobieren. Und dafür braucht man Vorlauf. Das haben momentan die Produzenten nicht. Das mag vielleicht was anderes sein, ob ich jetzt ein iPhone produziere oder eine kleine Plastikpuppe oder Teddybären mit irgendwas vollstopfe. Absolut richtig. Aber wie gesagt, so einfach ist das nicht. Das Zweite, dass hier Unternehmen diese Kosten übernehmen. Ja, auch das ist richtig. Dann würden die Kunden auch erstmal verschont. Aber, und jetzt bleiben wir mal beim Beispiel USA, wo die meisten ja tatsächlich über verschiedene Aktienfonds auch ihre Altersvorsorge dann angelegt haben. Jetzt stellen Sie sich bitte mal vor, was passiert, wenn die Unternehmen die Kosten übernehmen. Das drückt auf die Ertragsseite. Das heißt, wir würden dann in den kommenden Quartalen, vielleicht auch Monate, also nicht nur ein Quartal, sondern Quartale, Ergebniswarnungen hören, Gewinnwarnungen hören. Dann können Sie sich in etwa vorstellen, was mit den Notierungen an der Wall Street passiert. Wer es sich nicht vorstellen kann, möge bitte sich mal den Kurschart so von Oktober bis Dezember anschauen. Dann haben Sie so in etwa einen Eindruck, was da passieren kann. Also ja, der Kommentator hat natürlich Recht unter Umständen, werden die Kunden am Ende nicht direkt betroffen sein. Aber indirekt in jedem Fall auf die eine oder andere Weise. Handelskriege sind nicht gut. Und das wollte ich jetzt mal an dieser Stelle gesagt haben. Und jetzt wissen Sie es ohnehin meine Meinung. Der Bitcoin ist gut. Ja, der läuft gut. Wir sind auch weiterhin, ich muss nochmal höhere Niveau. 20.000, 10.000, 15.000, war alles höher. Aber auf jeden Fall auf einem höheren Niveau. 123 Prozent hat der Bitcoin in den vergangenen drei Monaten gemacht und er spricht momentan eben mehr dafür, dass der Bitcoin weiter steigt, als dass er jetzt erneut abkippen könnte. Guter Newsflow, gute Markttechnik und genügend Interesse seitens der Investoren, die bereit sind, auch hier wieder mit reinzuspringen. Sie sehen es. Also hier, das war der starke Anstieg. Ende 2017. Bubble, 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 Bubble geplatzt. So. Und hier haben wir jetzt diesen kleinen Anstieg. Wir hätten also noch ein wenig Luft nach oben. Adibaba mit Bombenzahlen. Die haben wirklich gute Zahlen gemeldet. Und vor allen Dingen das Wachstum in der Cloud. Mehr als 70 Prozent. Die Aktie daraufhin 4 Prozent war sie kurzfristig mal nach oben gelaufen. Ich glaube, wir hatten so um die 180, 182 Dollar vorhin schon wieder auf den Schirmen gesehen. Also das wäre etwa irgendwo in diesem Bereich. Und natürlich positiv, weil wir dann davon ausgehen könnten, okay, treibt ja nicht nur Alibaba an. Wir sehen auf der einen Seite, China läuft. China als Markt und als E-Commerce. Markt läuft auch. Und die verschiedenen Initiativen von Alibaba funktionieren ebenfalls. Also hier die ganzen Prognosen wurden eigentlich mehr oder weniger vom Tisch gefegt. Und in der Cloud läuft es. Und das sind ja einfach positive Nachrichten. Wir hatten sie ja übrigens erwartet. JD.com habe ich jetzt aus folgendem Grund mit dabei. Die haben gute Zahlen gemeldet schon vor einigen Tagen. Daraufhin hat die Aktie auch nach oben gezuckt. Ist dann aber abverkauft worden. Warum? Ja, es war halt gruseliger Montag. Ja, muss man so sehen. Und da hatten alle Angst. Und da haben sie gesagt, naja, JD.com dann vielleicht doch nicht. Ist ein Nebenwert in China. Auf jeden Fall nicht so prominent wie Alibaba. Und deshalb hatten sie abverkauft. Aber auch hier. 200-Tage-Linie hat gehalten. Jetzt geht es wieder nach oben. Am Ende geht es darum, über diese 30, 31-Dollar-Marke zu kommen, damit wir da ein bisschen mehr und tiefer Luft holen können. Funktioniert alles natürlich nur dann, wenn sich die beiden Großmächte da irgendwie jetzt mal einigen werden. Uber, da gibt es eine Einschätzung der amerikanischen Behörden. Und worum geht es? Es geht darum, dass Ubers Angestellte eben keine Angestellten sind. Also die Fahrer werden jetzt von den Behörden mit offiziellem Segen also eben nicht als Angestellte des Unternehmens gesehen. Weshalb ist das relevant? Naja, weil die Fahrer gesagt hatten, eigentlich, so die Algorithmen, sorgen schon dafür, dass Uber über uns eine gewisse Kontrolle ausübt. Und deshalb müssten wir ja eigentlich wie Arbeiter, also wie festangestellte Arbeiter gesehen werden. Weshalb ist es relevant für die Fahrer? Naja, Mindestlohn, Krankenversicherung, Überstunden, all das wären natürlich dann, die ganzen Gesetze wären dann hier zum Tragen gekommen. Und das hätte Uber sicherlich massiv, übrigens nicht nur Uber, auch Lyft, massiv im Wachstum behindert. So, durch die neue Einschätzung der Behörden, kann man jetzt natürlich die Fahrer weiter ausbeuten. Das klingt jetzt erstmal bösartig von mir. Das kann ich nicht in Abrede stellen. Aber es ist nun mal so. So hat Uber einfach die Möglichkeit, weiterhin zu drücken. Sie können weiter auf die Löhne drücken, indem sie die Fahrpreise runternehmen. Das werden sie machen müssen, damit sie Wachstum erzielen. Sie sind in einem Verdrängungswettbewerb, unter anderem mit Lyft und mit ganz vielen anderen Unternehmen auch noch. Und erst wenn das geklärt ist, kann man tatsächlich mal an den Erfolgsfaktor hinter diesen Unternehmen denken, nämlich an die Fahrer. Vorher wird da wenig passieren. Außer Roboterautos, da können sie die Preise senken, so lange, bis sie bei den Anstrengungskosten letztendlich angekommen sind. Vielleicht sogar noch ein bisschen darunter. Aber so weit sind wir eben noch nicht. Momentan haben die noch Fahrer. Und es ist tatsächlich aus Anlegersicht natürlich gut, dass die Gerichte, äh, nicht die Gerichte, die Behörden das so eben einschätzen. Es verschafft Uber Luft für Wachstum, das es dringend braucht, damit die Bewertung auch gerechtfertigt werden kann. Zillings, die sind ordentlich unter den Druck geraten nach den jüngsten Quartalszahlen. Minus 17 Prozent ging es nach unten. Was ist passiert? Nun ja, es gibt Tipps, die man auch noch nachträglich programmieren kann. Die sind gerade groß in Mode. Vor allem in den Datencentern werden die eingesetzt, hat mir der Kollege verraten, weil sie von den Ingenieuren dann, wie gesagt, auf die entsprechenden Anwendungen auch zugeschnitten werden können. Und Zillings ist hier sicherlich eines der Unternehmen, das eine marktführende Position hatte. Das Problem ist, dass zurzeit einfach weniger Tipps nachgefragt werden, weil weniger Kapazitäten in den Datencentern geschaffen werden. Das hat auf die Ergebnisse letztendlich gedrückt, wobei Zillings sagt, okay, das Ganze ist ein temporäres Phänomen und dieser Stau, dieser Auftragsstau, der wird sich letztendlich dann auch auflösen im zweiten Halbjahr. Wollte momentan aber keiner hören, deshalb die Aktie gestern minus 17 Prozent. Ganz anderes Beyond Meat. Die sind gestern mal um 15 Prozent nach oben. Und auch hier gibt es durchaus Auslöser. Burger King sagt, wir werden das mal probieren. Sie wollen jetzt tatsächlich mal von Beyond Meat auch ein Produkt mit ins Angebot nehmen und wollen mal schauen, wie das Ganze funktioniert. Ganz interessant übrigens, der Chef von Beyond Meat ist auch so, es gibt ja Leute, die sind wirklich geborene Selbstdarsteller. Elon Musk gehört dazu. Hier, der Chef von Beyond Meat gehört ebenfalls dazu, dessen Name ich leider vergessen habe. Aber das wird ja vielleicht noch. Und der hat gesagt, also ein Burger von Beyond Meat ist viel günstiger als ein Tesla. Und mit sechs Dollar kann man hier tatsächlich ein echtes Statement für den Klimawandel dann abgeben. Ja, hat er recht. Ist natürlich auch gut angekommen. Überall durch die Presse durchgenudelt worden. Momentan muss man ganz einfach sagen, die Aktie ist der absolute Knaller. Also es geht wieder massiv nach oben. Wir hatten einen kurzen Abverkauf gesehen. Aber sofort, wenn sich die Börsen erholen. Und das spricht auch dafür, dass die längerfristig nach oben laufen könnte. Sofort, wenn sich die Börsen erholen, springen da alle rein, weil sie glauben, das ist trotzdem die Zukunft. Die New York Times habe ich deshalb mit dabei. Ich sehe gerade minus 13 Prozent. Oder bin ich auch ein bisschen überrascht? Na, glaube ich auch erst noch nicht. Die New York Times habe ich deshalb mit dabei, weil mir ein Kollege gesagt hat, Mensch, schau dir mal den Kursverlauf der Aktie an und schau dir vielleicht mal die letzten Quartalszahlen mit an. Die haben es tatsächlich geschafft. Also die New York Times hat es tatsächlich in einem sich schnell verändernden Medienumfeld durch eigene Apps beispielsweise relativ sichere Erträge zu erzielen. Was heißt, durch neue Apps beispielsweise. Immer dann, wenn die New York Times merkt, dass die Leute online bestimmte Rubriken mögen, dann werden entsprechende Apps programmiert. Beispielsweise Kreuzworträtsel oder Küchenrezepte, also hier Kochrezepte. Und das Ganze wird dann gegen Gebühr für die Kunden abgegeben. Kann dann natürlich auch wieder ins Printgeschäft übernommen werden. Kreuzworträtsel beispielsweise. Spricht ja nichts dagegen, dass man das, was die Leute online mögen, dann auch in Print weiter verwurstet. Und das hat letztendlich dazu geführt, dass die Aktie sehr erfolgreich durch die letzten Monate gekommen ist. So, haben wir noch etwas mit dabei? Nein, haben wir nicht. Dann hoffen wir, dass sich das momentan, es sieht ja nach einem schwächeren Handelsauftakt aus, dass Sie die Anleger wieder ein bisschen beruhigen und dass wir morgen dann gute Nachrichten für Sie haben. Bis dahin, gute Zeit, gute Kurse. Tschüss.